Ganz wichtig ist, immer auf dem Laufenden zu sein und das versuchen wir auch zu machen. Wir versuchen, die Menschen zu informieren, damit man auch keine falschen Informationen bekommt, damit man einfach nicht unnötige Aktionen erst mal organisiert und dann muss man im Nachhinein denken, wie wir jetzt das hinbekommen, weil im Moment jede Sekunde zählt. Wir wollen natürlich unsere Kräfte systematisieren und rational auch anwenden. Deshalb bitten wir alle Leute, die helfen möchten, sich über die sozialen Netzwerke zu informieren. Da informieren wir auch sie. Wir versuchen jeden Tag neue Updates zu machen. Aber auch bei der Stadt Augsburg kann man auch immer wieder neue Infos finden. Dann gehen Sie auf Nummer sicher.